hallo und herzlich willkommen im wald in der hütte in der hütte weil es dunkel und es ist dann halt doch vom licht her noch mal ein bisschen einfacher das ganze mit dem autofokus hin zu bekommen der hoffentlich einigermaßen so bleibt wie er sein soll ja tut er okay dann legen wir los also folgendes plan für heute wäre dass ich noch ein stück nach hinten rutsche damit das dann noch mal ein bisschen besser mit dem licht an der wand in anführungszeichen funktioniert aber ich glaube das geht einigermaßen ja man muss mich auch nicht gut sehen man muss mich vor allen dingen erstmal hören und zumindest so halbwegs überhaupt sehen ich habe auch noch alternative beleuchtungsmethoden aber ich wollte jetzt die fackel da sie jetzt eh schon alles einmal zumindest unterbrennen lassen so es gibt jetzt seit neuestem den aktuellen waldzustandsbericht zumindest mal für baden württemberg die waldzustandsberichte für die anderen bundesländer sind zum teil wohl auch die aufnahmen abgeschlossen und erste ergebnisse veröffentlicht lediglich eine eine richtig schriftliche version der ergebnisse die man so frei im internet findet habe ich bei den meisten anderen bundesländern jetzt noch nicht entdeckt ich habe nicht bei jedem bundesland gesucht deswegen sage ich bei den meisten anderen bundesländern es sieht aber wohl so aus als würde es wieder so ablaufen wie alle jahre eigentlich der waldzustandsbericht ist eine schöne möglichkeit um so ein bisschen wissenschaftliche daten auch zu instrumentalisieren jedes bundesland muss ein waldzustandsbericht anfertigen lassen das bedeutet vor allen dingen muss der kronenzustand untersucht werden dazu rennen dann entsprechende leute die das regelmäßig machen in den wald und gucken sich baumkronen an und vergleichen dass den ist zustand der krone hinsichtlich der belaubung beziehungsweise benadelung wenn es ein nadelbaum ist mit dem idealzustand nach lehrbuch also bei bäumen wo man sich sicher ist dass die so vital sind wie man irgendwie nur sein kann und das maximale an laub oben hängt was überhaupt theoretisch möglich ist für die entsprechende baumart und dann vergleicht man eben ideal wäre so ein bild tatsächlich vorhanden ist so ein bild und dann sagt man nadel beziehungsweise laubverlust 50 prozent von mir aus das also gegenüber dem idealzustand 50 prozent fehlen das ist sehr umstritten diese methode ob man damit jetzt wirklich effektiv was zum zustand des waldes aussagen kann oder nicht will ich jetzt auch gar nicht großartig diskutieren sonst kommen wir hier nirgendwo hin aber was die methode auf jeden fall kann ist langzeit trend abbilden denn das macht mir jetzt inzwischen seit ungefähr den 80er jahren den späten 80er jahren glaube ich habe jetzt gar nicht so genau im kopf wie lange das schon gemacht wird aber jedenfalls auch schon eine ganze 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 weile also mindestens sagen wir mal 20 jahre so und das bedeutet wir haben jetzt eine zeitreihe von mindestens 20 jahren die uns eben sagt seitdem wird der laubungszustand der wälder erfasst jeweils bundeslandweise und seitdem hat sich die situation nicht unbedingt verbessert vorsichtig ausgedrückt es schwankt in den meisten bundesländern ein wenig der belaubungszustand aber netto geht es überall bergab seit das ist zumindest in baden württemberg feststellbar in der tendenz zumindest glaube ich auch in den meisten anderen bundesländern seit 2003 ist es nie mehr so gut geworden vom belaubungsgrad wie vor 2003 was war 2003 da war ein extremer dürresommer so ein bisschen wie 2018 die kann man schon ganz gut miteinander vergleichen die auswirkungen momentan scheinen allerdings von 2018 scheint die auswirkung auf den wald noch größer gewesen zu sein als 2003 aber rein von den klima extremen von der temperatur und vom fehlenden niederschlag her ist das relativ gut miteinander ungefähr vergleichbar 2018 war nicht so warm wie 2003 insgesamt aber war dafür deutlich trockener als 2003 und damit gleicht es ungefähr aus sollte man meinen aber wie es aktuell ausschaut ist dann doch der faktor trockenheit noch ausschlaggebender gewesen als der faktor temperatur der eben 2003 noch so ein bisschen höher gewesen ist so bisher musste ich ja immer bei der frage wie geht es denn jetzt unserem wald wie schlimm ist denn die situation ziemlich viel rum spekulieren weil mir halt eben die aktuellen zahlen gefehlt haben weil es noch keine daten gegeben hat und man hatte bestenfalls eben noch diese schätzung vom landwirtschafts- bzw. Waldministerium wenn man so will die halt gesagt haben so und so viele hunderttausend hektar müssen nochmal neu bestockt werden also neu bepflanzt werden bzw da ist der wald komplett weg die sind jetzt kahl das waren glaube ich zuletzt 210.000 wenn ich das richtig in erinnerung habe irgendwie sowas um den dreh könnten auch noch ein bisschen mehr gewesen sein ein bisschen weniger gar nicht mehr so ganz zusammen jetzt haben wir aber ja auch noch andere zahlen weil die zahl ja die ist schon ausschlag die ausslage aussagekräftig das wollte ich sagen das wort habe ich gesucht genau diese diese so und so viele hektar müssen eben entsprechend neu bepflanzt werden aber man muss auch eben dazu sagen das ist kein wert den man so wirklich vergleichen kann mit den anderen jahren man kann natürlich sagen dieses jahr ist besonders viel waldfläche ausgefallen wegen letzten jahr das geht schon aber interessant ist vor allen dingen eben dieser langzeit trend der aus eben der waldzustandsberichte aus den waldzustandsberichten hervorgeht so was muss man am waldzustandsbericht grundsätzlich kritisieren das wollte ich auch noch schnell sagen belaubungszustand von bäumen ist sehr sehr individuell und was die aussagekräfte vom waldzustandsbericht so ein bisschen schmälert ist dass der ja quasi sagt dem wald geht es immer schlechter und schlechter das ist so der langzeit trend während gleichzeitig parallel dazu zumindest bisher das mag sich vielleicht irgendwann auch noch mal ändern und wir hatten da 2003 2004 auch einen größeren einbruch bei den zuwächsen der bäume also was die an eben entsprechend holz zulegen aber grundsätzlich ist umgekehrt zum rückgang der belaubung der zuwachs an holz positive entwicklung ja also die wälder wachsen immer schneller der biomasse zuwachsen nimmt zu obwohl der belaubungsgrad an den einzelnen bäumen eher abnimmt deswegen kann man jetzt nicht einfach hingehen und sagen belaubungsgrad nimmt ab also geht es dem wald immer schlechter wenn er doch besser wächst und schneller wächst also die bäume an sich eine mögliche erklärung dafür die viel diskutiert wird liegt schlicht und ergreifend darin dass ja durch eine verlängerung der vegetationsperiode natürlich der zuwachs der bäume steigt insbesondere bei den laubbäumen ist das relativ einfach zu erklären weil wenn die mehr zeit im jahr laub oben haben und der winter kürzer ist und der sommer sozusagen länger dann haben sie natürlich auch mehr zeit zum wachsen und logischerweise haben sie dann mehr zuwachs vielleicht aber nur vielleicht das wollte ich einfach nur nicht verschweigen ist damit auch zu erklären weshalb sie weniger laub brauchen und der neue gesunde baum eben nicht diesen norm baum mit 100% maximaler belaubung was da theoretisch drauf passt überhaupt noch entspricht weil wenn das wenn die photosyntheseleistung der einzelnen blätter höher ist dann braucht man natürlich weniger blätter um den gleichen effekt zu erzielen das heißt eine hundertprozentige belaubung ist möglicherweise und das ist auch alles hoch spekulativ und wird halt viel diskutiert in den forstwissenschaften gar nicht unbedingt notwendig und damit kann das auch nicht unbedingt ein Indikator dafür sein ob der Wald nun gesund ist oder nicht jetzt möchte ich aber auch nicht zu sehr hier Anti-Panik machen denn dem Wald geht es tatsächlich nicht gut und der aktuelle Waldzustand ist scheiße das ist so inwieweit man jetzt allerdings in wahnsinnige Panik ausbrechen muss und von einem Waldsterben 2.0 sprechen muss das weiß ich halt einfach nicht das ist dann letztendlich Auslegungssache gut jetzt findet man wird man zumindest auch häufiger in nächster Zeit die üblichen Sprüchlein in den Medien lesen können nämlich es gibt 92% kranke Bäume im Wald von zum Beispiel Thüringen ich glaube zu Thüringen war die Zahl 92% der Bäume sind krank gerade bei den Buchen insbesondere oder so nur noch 8% der Bäume sind gesund ähm das Problem ist jetzt folgendes ist diese Waldzustandserhebung erfolgt nicht so dass man einen durchschnittlichen Nadelverlust angibt für die Wälder eines Bundeslandes und den dann halt eben entsprechend vergleicht sondern es gibt so bekloppte Stufen von denen halte ich überhaupt nichts ich finde die extrem störend und extrem hinderlich und die sind meiner Meinung nach nur als Politikum zu gebrauchen wenn man eben sagen möchte die Statistik möglichst positiv oder möglichst negativ auslegen möchte je nachdem was dein politisches Ziel ist will man den Wald jetzt nun besser haben äh besser dastehen lassen als er ist weil man die ganze Zeit tolle Forstpolitik gemacht hat oder will man zeigen dem Wald geht's voll scheiße und wir müssen dringend die Forstpolitik reformieren und gut dass ihr jetzt uns gewählt habt weil wir machen das jetzt oder solche Späße ne in diese Richtung geht das so ein bisschen denn diese Schadensstufen die sind völlig willkürlich gewählt ein Baum gilt dann als gesund beziehungsweise nicht geschädigt wenn er halt eben zwischen 0 und 10% Nadelverlust beziehungsweise Laubverlust ich sag jetzt einfach immer Nadelverlust ist einfacher aufweist so das ist aber plus minus willkürlich dafür gibt es keine biologische Grundlage weshalb unbedingt zwischen 0 und 10% das so sein soll und zwischen 11 und keine Ahnung 30% glaube ich oder 20% ist die Vorwarnstufe und alles andere darunter ist geschädigt und dann kommt irgendwann schwer geschädigt und dann irgendwann tot und eben das ist so ein bisschen sehr willkürlich und sagt nicht was über den Gesundheitszustand des Waldes insgesamt aus sondern das Problem ist dass diese Stufen jeweils so groß sind dass man dann nicht feiner justieren kann als zu sagen so und so viel Prozent des Waldes sind schwer geschädigt sind sie jetzt schwer geschädigt im Sinne von gerade so schwer geschädigt da liegen irgendwie wirklich 30% Punkte innerhalb dieses Bereiches oder sind sie schwer geschädigt im Sinne von ganz ganz schwer geschädigt und alle kurz vorm Absterben die Zahl bleibt die gleiche du kannst 70% geschädigte Bäume haben die alle fast tot sind oder du kannst 70% geschädigte Bäume haben denen es noch vergleichsweise gut geht die sicherlich noch viele viele Jahre überleben werden und trotzdem gelten sie als schwer geschädigt also das macht das alles schwer einschätzbar jetzt muss ich erstmal den Akku wechseln was gar nicht so einfach ist hier im Dunkeln so ähm ja und das macht eben diese Zahlen wenn man sie dann einfach in den Medien liest ziemlich schwierig auszuwerten was interessant ist was die guten Bundesländer in Anführungszeichen mit einem guten Waldzustandsbericht machen ist sie geben Baumarten getrennt jeweils die mit dem mittleren Nadelverlust an weil das ist eine Zahl mit der kann man viel besser arbeiten als mit diesen bekloppten willkürlichen Stufen die da mal irgendjemand sich ausgedacht hat vor 30 Jahren oder sowas ja und mit dem mittleren Nadelverlust kann man dann auch wirklich schön einen Trend darstellen dass eben der mittlere Nadelverlust immer mehr ansteigt im Lauf der Zeit und jetzt dieses Vergleich von letztem Jahr auf dieses Jahr ist er nochmal um 2,4 glaube ich Prozent gestiegen in Baden-Württemberg wir beziehen uns jetzt zahlentechnisch immer auf Baden-Württemberg das klingt erstmal gar nicht so dramatisch und gemessen an der Tatsache wie sehr man jetzt denkt dass der Wald gleich stirbt und dass der Wald sofort tot ist demnächst ist das auch jetzt habe ich mich ja eingeascht ja gemessen an dem Geschrei das gemacht wird in Anführungszeichen ist die Zahl auch wirklich nicht besonders dramatisch ja also der Unterschied von diesem zuletzt im Jahr besteht die hat jetzt ein Loch äh gut und 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 ja gemessen also an dieser Zahl ist die Reaktion die man jetzt so mitbekommt der Wald stirbt, der Wald stirbt, der Wald stirbt vielleicht ein ganz kleines bisschen entsprechend übertrieben aber man sieht schon im Wald massive Schädigungen und die Zahl mag klein sein aber trotzdem ist sie so hoch wie fast noch nie und generell ist es das Allzeithoch derzeit ähm der entsprechende Wert äh prozentuale Schädigung eben entsprechend der Bäume ich weiß es nicht auswendig ich muss es euch jetzt einblenden äh weil das das sollte man vielleicht doch schon mal gehört haben diese Zahl also wie gesagt alles auf Baden-Württemberg bezogen wichtig ist jetzt noch wenn wir uns auf Baden-Württemberg beziehen dann muss uns klar sein dass wir uns damit auf das Bundesland beziehen in dem die Welt noch tendenziell am ehesten in Ordnung ist ja äh abgesehen vom Saarland da ist es doch schöner aber äh vom Saarland mal abgesehen hatten wir hier durch den Schwarzwald äh gerade auf der Westseite vom Schwarzwald noch vergleichsweise gute Niederschläge trotzdem gibt es bestimmte Baumarten die etwas genitten haben aber es geht noch einigermaßen ja ja also Baden-Württemberg ist vergleichsweise gut davon gekommen wenn wir uns zum Beispiel Thüringen oder Sachsen-Anhalt oder Brandenburg angucken da ist die Welt eine andere und keine bessere auch in Mecklenburg-Vorpommern sieht es nicht besonders gut aus auch Nordbayern ist sehr stark betroffen Niedersachsen hat einiges abbekommen und auch Rheinland-Pfalz und in Hessen und in Nordrhein-Westfalen schimpfen sie auch äh ja was bleibt eigentlich noch übrig das Saarland Schleswig-Holstein hat so wenig Wald beziehungsweise ist so sehr auch auf Trockenheit liebende Wälder angepasst ähm und hat da entsprechende Baumarten dass diese Situation da vielleicht auch gar nicht so schlimm ist aber ich habe noch überhaupt keine Zahlen und überhaupt keine Einschätzungen zu Schleswig-Holstein mitbekommen ja nur mal so am Rand angemeld welches Bundesland ich jetzt vergessen habe da tut es mir leid, guckt euch die Nachbarbundesländer an äh ungefähr so wird es bei euch wahrscheinlich auch sein so, aber das sind nur so grobe Schätzungen also das heißt, alle Zahlen die wir jetzt haben gehen von recht guten Verhältnissen aus in einem Bundesland das vergleichsweise gut weggekommen ist es geht also definitiv noch schlimmer so jetzt hatte ich erzählt Anfang dieses Jahres dass 2018 das Jahr war wo die Schäden eingetreten sind und mit den Reservestoffen aus 2017 noch einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden konnten von den Bäumen und ich hatte ebenfalls gesagt das zeigt sich auch daran dass 2018 kaum eine erhöhte Absterberate bei Bäumen festzustellen ist so aber leider leider hatte ich auch prophezeit und leider hatte ich recht dass dann 2019 sprich dieses Jahr das große Sterben losgehen wird und ja wie gesagt ich hatte recht die Absterberate liegt im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt dieses Jahr 200% höher das sieht sehr beeindruckend aus wenn wir uns die Grafik gleich mal noch angucken aber dann brauchen wir noch etwas mehr Licht und deswegen gehe ich auch gleich dahin wo noch ein bisschen mehr Licht ist mit der alternativen Lichtmachtechnik solange ich jetzt nur was erzähle und nichts zeige geht das ja noch so aber dann brauchen wir noch mehr Licht so Hossa da bin ich wieder jetzt auch besser beleuchtet dank Grillanzünder das sind die letzten Vorräte von meinem großen Grillanzünder Paket das ich mal geschenkt bekommen habe und das bedeutet wir können jetzt auch mit Bildmaterial arbeiten und zwar haben wir jetzt hier mal grob naja dann könnt ihr das natürlich nicht mehr sehen weil ihr kommt und müsst mal näher kommen Moment jetzt kann man es glaube ich einigermaßen gut genug sehen hier haben wir jetzt mal den Verlauf der Temperatur und der Niederschläge das blende ich euch dann gegebenenfalls auch noch ein aber so habe ich es zumindest selber mal zum angucken und zum vorzeigen kurz blende ich es euch noch ein von eben 18 und 19 sämtliche Grafiken die ich hier zu sehen kriegt sind eben aus dem Baden-Württembergischen Waldzustandsbericht von der FVA der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württembergs die eben so frei zugänglich zu haben sind auf der Seite vom Umweltschutz und Verbraucherschutz und Landwirtschaftsgeduldungsministerium genau das da da wo die Julia Chefin ist so und die haben eben jetzt jede Menge schönes Material zu ihrem wirklich hervorragenden in meiner Meinung nach einer der besten und beispielhaft gutesten blödes Wort aber ist so entsprechenden Waldzustandsberichte überhaupt haben die eben entsprechend schön tolles Material noch da zusätzlich rausgegeben und diese Grafiken sind vor allen Dingen auch sehr aufschlussreich so und was wir hier jetzt eben sehen ist die Klimaentwicklung von Baden-Württemberg insgesamt in den letzten zwei Jahren Klima und Niederschläge so jetzt muss ich meine Fackel da mal kurz hinlegen keine Sorge da kann nichts passieren da ist überall Stein drunter und was wir hier haben ist das hatte ich ja schon 2018 erklärt im Januar 2018 diesen fetten blauen Balken hier nach oben da war es sehr 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 nass da haben die Bäume also gedacht okay es wird ein super super nasses Jahr wir legen enorm viele Früchte an wir legen enorm viele Knospen an wir wachsen wie blöd schon mal los weil es wird ja ein sehr 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 nasses Jahr so leider ist es dann kein sehr nasses Jahr geworden und auch die Temperaturen waren im Januar erst mal sehr hoch ich hoffe ihr könnt die rote Linie einigermaßen erkennen die hier auch noch eben entsprechend mit drin ist danach gab es aber einen super trockenen Februar einen super trockenen März einen super trockenen April die alle relativ kalt waren und danach ging die Temperatur vor allen Dingen eben so im April wahnsinnig nach oben man sieht da vielleicht den Ausschlag in der Temperaturkurve bin ich mir ziemlich sicher dass man den sieht blieb dann konstant auf einem super hohen Niveau bei zwar im Mai normalen Niederschlägen aber Juni, Juli, August deutlich unterdurchschnittliche Niederschläge und auch in den Herbst rein extrem unterdurchschnittliche Niederschläge bei gleichzeitig immer noch super hohen Temperaturen und da sind die meisten Waldschäden die wir jetzt sehen können entstanden also nicht erst später sondern also nicht erst 2019 weil wir sie ja jetzt 2019 sehen sondern entstanden sind sie 2018 genau eben in dieser Phase das war Gift für alle Wälder Gift für die Nutzpflanzen wie jeder weiß der irgendwie einen Acker hat oder ein Bauer ist oder irgend sowas in der Richtung jetzt wird sie ganz schön windig ich lege mal kurz noch ein Feuer nach und ja also jeder der irgendwie was mit zu tun hat hat das ja mitbekommen gut kommen wir jetzt mal zu 2019 2019 beziehungsweise im Winter sagen wir einfach mal im Winter hatten wir im Dezember 2018 sehr 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 hohen Niederschläge also was heißt sehr sehr hoch deutlich überdurchschnittlich super hoch waren die trotzdem nicht aber man hat sich gefreut also ich zumindest so dann hatten wir im Januar ihr seht das hier an dem Ausschlag von den zwei blauen Balken die nach oben gehen im Januar hatten wir überdurchschnittlich hohe Niederschläge das heißt es war ein recht nasser Winter am Anfang im Februar hingegen war es super super trocken gleichzeitig wurde es schon wieder ziemlich warm da habe ich Angst bekommen gleichzeitig habe ich mich aber auch darüber gefreut ein wenig weil wenn es super trocken ist im Frühjahr dann haben wir den gegenteiligen Effekt wie wir im Frühjahr 2018 hatten mit dem super super nassen Januar und gleichzeitig hinterher dann im März spätestens die extreme Temperaturerhöhung so gesehen war das Frühjahr bisschen günstiger weil die Bäume nicht getäuscht werden und die Bäume sich dann darauf einstellen dass ein hartes Jahr auf sie zukommt das heißt das war also vielleicht ganz gut so der Februar März der Übergang war ein klein wenig überdurchschnittlich nass war es gleichzeitig noch viel zu warm und dann hatten wir das Glück das beziehungsweise das Pech das März April wieder ziemlich trocken gewesen sind da sah es dann so aus als würden wir ein weiteres Trockenjahr also extrem Trockenjahr für Baden-Württemberg bekommen in anderen Regionen Deutschlands war es das auch wir gucken uns jetzt nur Baden-Württemberg an in anderen Regionen Deutschlands war es das ganze Jahr über wieder sehr sehr trocken da gab es keinen Erholungsmonat aber im Mai gab es dann hier ist nochmal dieser kleine blaue Ausschlag so ein bisschen Erholung im Mai hat es überdurchschnittlich viel geregnet wäre dieser Mai nicht gekommen und hätte die Situation des Bodenwasserangebots für die meisten Baumarten nicht nochmal schlagartig verbessert dann hätten wir jetzt in Baden-Württemberg genau die gleichen Probleme wie Sachsen hat wie Thüringen hat wie Brandenburg hat und so weiter also dieser Mai hat uns quasi gerettet und jetzt hatten wir dann nochmal einen relativ trockenen Juni, Juli im August war es ein Hauch überdurchschnittlich nass und seitdem kann ich bestätigen regnet sehr sehr gut bei uns heißt nächstes Jahr für Baden-Württemberg rein von den klimatischen Daten her bisher sieht es nach Entwarnung aus bisher sieht es so aus als würde es nicht nochmal ein extrem trockenes Jahr in Folge geben für Baden-Württemberg aber das kann man selbstverständlich noch überhaupt nicht vorhersagen und das ist hoch spekulativ ja aber grob so ist der Stand der Vegetationsperiode eben gewesen so hat sich das Ganze entwickelt und jetzt habe ich ja gesagt dieses Jahr wird gestorben letztes Jahr wurde geschwächt dieses Jahr wird gestorben und dazu gucken wir uns jetzt auch nochmal eine schöne Grafik an wie gesagt alle Grafiken aus besagter Quelle die ich euch selbstverständlich auch verlinke hier haben wir die Entwicklung man kann das hoffentlich ja man kann kann man genug sehen die Entwicklung der Absterberate über die Zeit von 2005 also die letzten Auswirkungen von dem Extremjahr 2003 sind hier noch sichtbar indem wir hier einen deutlichen Peak nach oben haben wo eine höhere Absterberate als durchschnittlich eben entsprechend geherrscht hat bis 2019 und was wir hier in dieser Grafik wirklich wunderschön sehen können ist ich hatte leider recht 2019 wird massiv gestorben und zwar so sehr wie noch nie ja direkt nach 2003 haben auch erhöhte Absterberaten geherrscht die sind hier jetzt nicht drin aber die waren auch nicht so hoch wie die jetzt 2019 tatsächlich haben wir jetzt 2019 also die höchste Absterberate für Waldbäume die je gemessen wurde ja das gibt einem so ein kleines bisschen zu denken also jetzt zumindest aber auch hier muss man jetzt die Grafik beziehungsweise die Grafik an sich die ist schon aussagekräftig man muss aber noch die Zahlen die dazu noch im Text stehen zur Kenntnis nehmen denn wenn wir uns den Text auch noch durchlesen dann stellen wir fest mag sein dass die Absterberate 200% höher ist als durchschnittlich aber sie liegt nur bei 0,7 0,8 Prozent der Bäume die man untersucht hat sind jetzt tot das ist extrem hoch aber das bedeutet noch lange nicht dass von 2018 auf 2019 jetzt der komplette Wald gestorben ist sondern 0,8 Prozent des Waldes in Baden-Württemberg sind in dieser Zeit gestorben das wird mit Sicherheit auch noch Spätfolgen haben also da sind nächstes Jahr garantiert nochmal überdurchschnittlich viele Bäume tot und insgesamt kommen wir bestimmt bei allen Jahren in denen jetzt 2018 19 noch Folgen haben wird das sind bestimmt noch 2,3 selbst wenn die Jahre gut werden die Bäume müssen sich von dem Schreck erst mal erholen könnte schon sein dass wir auf insgesamt vielleicht zwei Prozent, drei Prozent Baumverluste kommen allein durch eben diese Dürre durch die entsprechenden Schaderreger die sich in der Dürre besser vermehrt haben meinetwegen der Borkenkäfer und so weiter das heißt na schon ein bisschen kritisch zu hinterfragen außerdem ist das Problem dass diese Zahlen auch mit einer gewissen statistischen Vorsicht betrachtet werden müssen weil es sind ja nur die Bäume die untersucht werden jeweils wenn das ist das ist zwar rein statistisch gesehen schon ein Netz das über ganz Baden-Württemberg verteilt ist aber es kann halt sein dass irgendwo flächenmäßig jede Menge Bäume abgestorben sind und irgendwo anders flächenmäßig kaum Bäume abgestorben sind aber trotzdem ist der der untersucht wird steht noch da dann ist in der Statistik für diesen riesen Patch mit abgestorbenen Bäumen trotzdem ein ja Bäume sind noch vergleichsweise gesund einzuzeichnen deswegen muss man bei der Statistik ein bisschen vorsichtig sein weshalb ich diese Grafik schon für sinnvoll halte diese Grafik so vom Gefühl her vom Extremwert den wir hier drin haben her entspricht die schon sehr stark der Realität nur dürfen wir auch nicht sagen der Wald ist jetzt völlig dem Untergang geweiht und es gibt überhaupt keinen Wald mehr wir kommen zur nächsten Grafik und gucken uns die nächste schöne Zahl an hier haben wir jetzt mal die entsprechende Entwicklung der Schäden über alle Baumarten hinweg und über die gesamte Zeit in der man eben die Kronenverlichtung aufgezeichnet hat so und wir haben die rote Linie in der Mitte hier das ist durchschnittlich alle Bäume wir haben die blaue Linie hier oben das sind Bäume bis 60 also die ne Entschuldigung das sind Bäume ab 61 Jahre und unten die grüne Linie sind Bäume bis 60 Jahre so und da können wir gleich mal eine Sache schon mal rauslesen durchschnittlich wird es immer schlechter der Trend geht nach unten beziehungsweise der Trend geht genau genommen nach oben weil oben bedeutet immer schlechter und aufgetragen ist hier so durchschnittlich irgendwas um die 20 Prozent befindet sich die Mitte der Durchschnittslinie Nadelverlust Blattverlust ja und der ist jetzt inzwischen natürlich hochgeklettert auf durchschnittlich gucken wir das kurz grob nach ja durchschnittlich ungefähr 26 27 Prozent Nadelverlust sowas um den Dreh 2019 und da kommt jetzt auch wieder das ins Spiel was ich eingangs schon gesagt hatte da steckt jede Menge Politik drin jetzt kann man natürlich sagen nur noch 20 Prozent der Bäume sind absolut gesund oder man gibt eine realistische Zahl an und sagt der durchschnittliche Nadelverlust beträgt 27 Prozent der durchschnittliche Baum ist also zu 27 Prozent geschädigt das klingt weniger schlimm als wenn man sagt es gibt nur noch 10 Prozent gesunde Bäume und da ist jetzt einfach die Frage was will man politisch haben will man politisch darauf hinweisen dem Wald geht es gut will man politisch Panik machen will man politisch darauf hinweisen wir haben ganz tolle Forstwirtschaft geleistet Baden-Württemberg gibt vielleicht deswegen vielleicht ich sage ja nur vielleicht lieber den durchschnittlichen Nadelverlust an der einfach statistisch auch das bessere Maß ist weil in Baden-Württemberg die Situation vergleichsweise ja gut ist und in Baden-Württemberg auch lange Zeit die gleiche Forstwirtschaft herrscht und lange Zeit die gleiche Regierung an der Macht ist und die nicht unbedingt ein Interesse daran hat den Eindruck zu erwecken sie hätte alles falsch gemacht sondern eher vielleicht ein Interesse daran hat den Eindruck zu erwecken sie hat alles richtig gemacht vergleichsweise verglichen mit anderen Bundesländern weshalb die Schäden vergleichsweise eher gering sind will man aber den Eindruck erwecken man müsste im Wald viel mehr tun dann sagt man halt lieber man hat 80 Prozent totkranke Bäume oder irgendwie sowas ist beides nicht falsch rein statistisch gesehen aber es gibt da wirklich massive Unterschiede wie man das darstellen kann so leider sehen wir jetzt hier in unserer Kurve auch hier einen deutlichen Einschnitt und dieser deutliche Einschnitt ist 2003 ab 2003 sind für alle Baumgruppen die alten Bäume wie die jungen Bäume die Schäden massiv angestiegen und seitdem nie wieder auf das Niveau vor 2003 gefallen heißt netto ist also wirklich eine deutliche Schädigung aller Baumarten durch 2003 zu erkennen wenn man das so sehen möchte das ist nie wieder besser geworden also von dem 2003 Stress haben sich die Bäume Baden-Württemberg hinsichtlich ihrer Belaubung nie erholt und da jetzt 2018 wie wir hier sehen noch mal höher ist als 2003 beziehungsweise 2000 Entschuldigung der 2019er Wert man muss den 2004 und den 2019er Wert vergleichen weil immer das Jahr danach halt das ist wo gestorben wird beziehungsweise wo die Schäden richtig sichtbar werden und 2019 zu 2004 ist 2019 noch mal deutlich schwieriger und fieser und wenn jetzt der Trend so bleibt dass so ein Katastrophenjahr so starke Auswirkungen hat dass man danach nie wieder auf den Weg Wert vor dem Katastrophenjahr fällt dann müssen wir uns jetzt Sorgen machen weil dann hat nachhaltig für mindestens 15 Jahre 16 Jahre 2018, 2019 den Wald deutlich geschädigt aha das ist so die Entwicklung die wir bisher aus den Zahlen irgendwo nachlesen können und das darf einem jetzt schon Angst machen das darf einem definitiv Angst machen zusammen eben mit diesem sehr 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 alarmierenden Signal durch die enorme Zahl toter Bäume und ich möchte noch mal betonen auch wenn ich schon oft gesagt habe Baden-Württemberg ist vergleichsweise gut weggekommen in anderen Bundesländern sieht es tatsächlich erheblich beschissen aus um es mal beim Namen zu nennen die Situation ja also man muss so ein bisschen differenzieren die Situation ist scheiße aber Panikmache mit es gibt nur noch 10% gesunde Bäume und nur noch 8% gesunde Buchen in Thüringen damit wäre ich auch wieder vorsichtig so was habe ich noch Schönes mitgebracht an Material ich habe hier eine Karte und hier abgebildet sind Baden-Württembergs sechs kleine Baden-Württembergs die werde ich euch wahrscheinlich auch noch mal einblenden müssen aber wir haben hier die sechs Hauptbaumarten Baden-Württembergs abgebildet ich lege mal noch zusätzlich auch wenn es dann völlige Verschwendung von Brennmaterial ist noch ein extra Klotz dazu damit man das auch ja gut sieht und bei diesen entsprechenden Miniatur Baden-Württembergs sagt die Farbe der jeweiligen Karte etwas darüber aus wie sehr denn die jeweiligen Bäume geschädigt sind so saftig grün bedeutet gar keine Schädigung da ist noch 100% der Laubmasse vorhanden rot bedeutet tot gelb ist schon ziemlich ordentlich geschädigt ja orange ist auch quasi so gut wie tot also alles was von saftig grün zu hellgrün abweicht ist auf jeden Fall schon eine Schädigung und wir sehen hier in diesen Karten im Schnitt durchaus noch relativ wenig rot das ist auch gut so weil wenn wir viel rot sehen würden dann hätten wir tatsächlich massives Waldsterben dann würde der Wald wirklich ganz anders aussehen als das derzeit tut dann wäre er großflächig massiv bedroht und wir könnten wirklich mit großflächigen absterben der Wälder rechnen das sehen wir nicht das ist eine gute Nachricht was wir allerdings auch sehen ist gelbe Flächen immer mal wieder gelbe Flächen je nach Baumart und daraus können wir schließen dass es in bestimmten Ecken des Landes durchaus Probleme mit verschiedenen Baumarten geben würden es gibt auch Ecken des Landes eines guten Landes eines fruchtbaren Landes mit hohen Niederschlägen in denen es quasi keine der Standard Hauptbaumarten mehr gibt die man da sinnvollerweise noch hinstellen könnte in Anbetracht dessen dass sie offensichtlich überall leidet mit so ein paar Ausnahmen ja so gehen wir mal die Dinger mal durch hier oben haben wir das da das ist die Fichte jetzt ist die Fichte erstaunlich grün wie kann das sein die Fichte ist doch die Baumart die so wahnsinnig sehr sehr leidet ja aber tatsächlich muss man auch noch dazu sagen ist die Fichte auch die Baumart von der schon jede Menge weg ist was also an Fichte noch da ist ist meistens die Fichte die ohnehin jetzt langsam nur noch auf den guten Standorten drauf steht also wir haben bei der Fichte inzwischen wirklich eine gewisse Anpassung einfach dadurch dass sie entweder weggestorben ist oder da steht wo es eine vergleichweise gute Situation vorfindet was die Fichte derzeit zum Absterben bringt ist auch nicht die Trockenheit an sich ist nicht der Nadelverlust an sich sondern ist der Borkenkäfer und wenn sie den Borkenkäfer drin hat dann ist sie halt gleich direkt tot ohne dass sie vorher diese Stufen des Nadelverlusts durchläuft was in dieser Karte nämlich nicht eingetragen ist ist generell tote Bäume sondern nur der Zustand der noch vorhandenen Bäume das macht diesen Karten auch schon wieder schwierig ich meine die sind hervorragend ich will überhaupt nicht an den Kollegen aus Freiburg rumnörgeln das haben sie alles wirklich super gemacht der Waldzustandsbericht dieses Jahr ist wirklich großartig geschrieben auch sehr gut formuliert auch für die Allgemeinheit sicherlich sehr verständlich guckt gerne selber mal rein aber eben das ist halt Statistik und das eigentliche Waldbild sieht schon nochmal ein bisschen anders aus nächst desto ist die Statistik selbstverständlich wichtig sonst können wir es nicht vergleichen sonst haben wir überhaupt keine Möglichkeit irgendwie Daten und Wissen aus der Situation zu ziehen also schon nicht irrelevant aber was wir feststellen besonders gelb ist die Situation im Bereich vom Rhein grob gesagt also nochmal westlich vom Schwarzwald dann der Westhang vom Schwarzwald ist auch stark betroffen insbesondere sterben die Käfkief-Fichten im mittleren Schwarzwald im nördlichen Hochschwarzwald im Südschwarzwald gibt es auch reichlich Tote und weiterhin dann im weiteren Bereich von Baden-Württemberg da geht es noch einigermaßen aus der Schwäbischen Halb haben wir auch nochmal einige einige Tote Fichten beziehungsweise deutliche Nadelverlichtungen bei Fichten die nochmal über das Vorjahr hinaus gehen aber grob muss man sagen verglichen mit anderen Bundesländern ist die Fichtensituation bei uns erstaunlich entspannt wenn da die Sache mit dem Käfer nicht wäre aber der wird hier wie gesagt nicht abgebildet und das führt halt dazu, dass man sich na toll, jetzt lag ich im Dunkeln auch noch in die Brennnessel kommen wir zur zweiten Grafik die ist relativ viel weiß wie man hier sehen kann das liegt einfach daran dass es sich um die Tanne handelt die hat selbst in Baden-Württemberg wo sie das größte Verbreitungsgebiet überhaupt hat immer noch ein vergleichsweise kleines Verbreitungsgebiet und wir sehen fast kein Gelb wir sehen ziemlich viel Dunkelgrün wir sehen auch ziemlich viel Hellgrün ja was heißt wir sehen ein bisschen Hellgrün aber wir sehen fast kein Gelb und Rot schon gar nicht das heißt die Tanne die Tanne ist so ein Spezialfall da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen detailliert dazu sie hat zwar jetzt auch gelitten 2018 hat sie noch überhaupt keine also fast keine erhöhten Schäden gezeigt jetzt hat sie welche aber sie schneidet immer noch verglichen mit den anderen Hauptbaumarten relativ gut ab ja also die Situation ist nicht mehr wie letztes Jahr zu sagen die Tanne und übersteht es problemlos aber es ist auch nicht so dass man sagen müsste die Tanne ist überhaupt nicht resistent verglichen mit einem anderen Zeug geht es ihr schon noch recht gut aber die Tanne hat inzwischen auch Probleme durch den Tannenborkenkäfer bekommen also so ähnlich wie die Fichte durch den Fichtenborkenkäfer ist jetzt auch die Tanne langsam betroffen durch die Dauertrockenheit eben entsprechend bei zwei trockenen Jahren in Folge sind auch die Möglichkeiten der Tanne das zu überstehen dann irgendwann begrenzt die ist einfach geschwächt dann kommen Schwächeparasiten nützen die geschwächte Situation aus und gehen halt eben entsprechend auch auf das Tänchen und deswegen haben wir da jetzt auch Schäden aber wie gesagt zwar sind jetzt welche da aber sie sind immer noch verglichen mit anderen Baumarten relativ gering weshalb die Karte wo es Tanne gibt noch vergleichsweise grün ist so in dieser Übersicht sieht man die Schäden also quasi noch gar nicht dann kommen wir zur Kiefer bei der Kiefer ist der Großteil des Landes auch noch relativ grün wir können aber im Oberrheingraben massive Stellen wo es ziemlich gelb wird erkennen und da kann man davon ausgehen dass da demnächst dämtliche Kiefern sterben werden also diese sandigen Böden der Rheinebene mit tief anstehendem Grundwasser der Rheine funktioniert sozusagen als Wasserabsauger wenn man das so nennen möchte die machen der Kiefer massiv zu schaffen und das ist deswegen ein großes Problem wenn der Kiefer zu trocken wird dann wird es allem anderen auch zu trocken weil die Kiefer ist fast schon das Trockenheitsresistente von den bisherigen Bäumen die man bisher so kennt was es gibt aber wenn der Kiefer da verreckt hat nichts anderes eine Chance gehandelt wird jetzt noch mit Roteiche dass man also überlegt ob man stattdessen Roteiche dahin pflanzt manche haben schon gemacht manche meinen die Roteiche würde da besser performen ob das aber für die Zukunft wirklich eine gute Lösung ist muss die Zukunft dann eben entsprechend zeigen ich wäre mit Roteiche tendenziell eher vorsichtig aber das ist nur meine Meinung das muss überhaupt nicht richtig sein gut weiter machen wir mit hier unten die Buche bei der Buche haben wir um den Bodensee tatsächlich schon leichte Orangeschwerbung sie hat um den Bodensee massiv gelitten da gibt es ganze Buchenwälder die mehr oder weniger bis auf einzelne Stämme sehr stark geschädigt sind die sind noch nicht alle tot aber die brauchen jetzt wirklich ein gutes Jahr um sich zu erholen die Buche ist eigentlich recht schnell im sich erholen aber die braucht jetzt auch die Gelegenheit sonst ist die Kacke da wirklich um den Bodensee rum für die Buche ziemlich am Dampfen auch im mittleren Schwarzwald hat sie massiv gelitten zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald hat sie auch massiv gelitten eigentlich muss man leider fast sagen anhand dieser Karte ist die Buche die Verliererin jetzt 2019 an keiner anderen Baumart haben wir so landesweit so große Schäden es gibt fast nirgends Buchenbestände wo überhaupt keine Schädigung vorliegt mit einer Ausnahme und dazu können wir gleich mal zu meiner Theorie kommen was jetzt schuld dran ist zum Teil dass die Buche so viele Schäden zeigt weil normalerweise sagt hat man ja gesagt vom Forst her die Buche sei eine klimastabile Baumart die ganzen Prognosen für verschiedene Baumarten hinsichtlich der Eignung bei Klimawandel haben der Buche eigentlich immer gute Chancen ausgerechnet so und jetzt ist sie doch geschädigt woran könnte das liegen naja es sind einfach zwei extreme Trockenjahre in Folge da macht auch die Buche nicht mit aber theoretisch wenn sich die Buche Zeit nimmt um sich langsam anzupassen an eine deutlich trockenere Situation dann kriegt sie das auch hin wer mal mit mir auf Exkursion war in Nordrhein-Westfalen der hat diesen wunderschönen Buchenwald gesehen durch den wir da durchlatschen der null Komma überhaupt gar keine Schädigungen durch 2018 und 2019 aufweist und der hat auch meine Theorie dazu gehört dass ich sehr stark vermute dass es daran liegt dass die Buche es da einfach gewöhnt ist dass sie dauernd im Trockenen rumsteht weil da ist es immer trocken ob jetzt ein Jahr mitteltrocken ist dann ist es für die Buche da trotzdem immer noch sehr 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 trocken oder ob ein Jahr extrem trocken ist dann ist es für die Buche da sehr 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 trocken plus ein klein bisschen trockener das macht einfach keinen großen Unterschied mehr aus die Wissenschaft gibt mir dahingehend recht dass das auch für andere Baumarten gilt dass die Kollegen in Freising wo ich auch studiert habe im Kranzberger Forst Roof Experiment einfach mal Bäumchen eingepflanzt haben und ein Dach drüber gestellt um zu simulieren dass es eben nicht regnet und das Resultat war die ersten Jahre haben sie es vor sich hingekümmert viele sind auch eingegangen aber nachdem sie dann eine Weide es gewöhnt waren dass es standardmäßig trocken ist haben sie sich angepasst und haben danach kaum noch signifikante Schädigungen durch Trockenheit zu einer Kontrollgruppe die nicht so sehr unter Trockenheit gelitten hat gezeigt das Wachstum war insgesamt nicht super doll das war ja auch nicht zu erwarten gewesen aber wenn sie genügend Zeit haben und nicht absterben dann schaffen sie es auch sich auf eine Trockenheitssituation anzupassen die mehr oder weniger plötzlich auch eintritt so die Ergebnisse dieses Experiments ganz vorsichtig ausgedrückt das ist auch noch nicht ganz fertig das sind so ein paar Zwischenergebnisse aber in diese Tendenz scheint es so ein bisschen zu gehen ja ich bin auch nicht derjenige der das gemacht hat ich habe da überhaupt nichts mit zu tun ich habe nur so ein paar Zwischenergebnisse mitbekommen und das macht mir wieder Hoffnung dass meine eigenen Beobachtungen im besagten Buchenwald wo wir da dauernd durchlaufen meine eigenen Beobachtungen in anderen Buchenfeldern je trockener der Standort desto weniger die Schäden das haben auch bekannte Förster bei sich im Revier auch schon festgestellt den Buchen die ohnehin schon trocken haben scheint es besser zu gehen als denen die normalerweise üppig Wasser zur Verfügung haben ja das ist so ein bisschen wenn man das übertragen möchte vielleicht so wie wenn du jemanden der es gewöhnt ist dauernd zu schlemmen jetzt sein Essen wegnimmst der wird wahnsinnig der wird total leiden wenn jemand der ohnehin kaum was zu beißen hat ein klein bisschen weniger zu beißen kriegt dann gefällt dem das auch nicht aber der weiß wie er damit umgeht der kommt damit schon noch irgendwie zurecht der wird da nicht gleich dran sterben und dran zugrunde gehen und deswegen überhaupt nicht mehr funktionieren und so ist es halt die Luxusbuche bei Luxussituationen leidet extrem während die Woche die es gewöhnt ist ist eh alles scheiße nur ein bisschen mehr scheiße macht die Sau dann nicht mehr fett also das ist meine Theorie das ist noch überhaupt nicht bestätigt von der Forschung aber ich finde es würde Sinn machen so gucken wir uns jetzt nochmal die Eiche an da sehen wir im östlichen Baden-Württemberg im östlichen Baden-Württemberg jede Menge Gelb ja darf uns das Angst machen das darf uns gar sehr Angst machen zumal die Prognosen für unsere heimische Eiche wirklich düster aussehen eigentlich sollte man doch meinen dass so eine robuste und eigentlich trockenheitsresistente Baumart wie die Eiche in der Lage sein sollte das ganze relativ gut zu überstehen das Dumme ist nur dass sie halt auch 7 Milliarden verschiedene Fressfeinde hat die an ihr rumknabbern und wenn es dann trockener wird kann sie sich weniger gut gegen ihre 7 Milliarden Fressfeinde wehren und wenn die an alle kommen und an ihr rumknabbern und von den hohen Temperaturen dadurch profitieren dass sie eine geringere Generationszeit haben sich einfach schneller entwickeln ihre Larven schneller schnüpfen schneller zum erwachsenen Tier werden schneller Eier legen die Eier schneller schlüpfen und immer so weiter und das über das ganze Jahr dann hat unsere Eiche auch wenn sie eigentlich eine sehr robuste Baumart ist halt unglaublich viel mit entsprechenden Schaderregern zu kämpfen an der Eiche wohnt mehr als an jeder anderen Baumart das ist zwar gut für die Biodiversität aber schlecht für die Eiche weil die meisten die an ihr wohnen nicht unbedingt Nützlinge sind so hier ist jetzt noch die eine Sache auf der Karte die ich klappe es nochmal ein bisschen um äh deutliche ich hoffe man sieht es Orangetöne mit hier und wieder auch Rottönen aufweist das ist die Esche die Esche wird sterben die Situation der Esche da kann man auch mal sehen wie sieht denn die Karte aus wenn es wirklich scheiße ist so wie hier bei der Esche ja hätten wir das bei den anderen Baumarten auch dann hätten wir mit Sicherheit etwas was man problemlos als Waldsterben bezeichnen kann langfristig mag die aktuelle Situation die ist nämlich wirklich mies schon zu einem Waldsterben führen langfristig mag der Begriff durchaus richtig sein aber ich tue mich damit immer noch schwer ich benutze ihn gerne natürlich als Überschrift für irgendwelche Videos um ein bisschen zu provozieren ist klar so ein ganz kleines bisschen Werbung für sich selber machen muss man auch das ist ja nicht so dass ich da so tue als würde ich darüber sprechen und dann tue ich es nicht deswegen hoffe ich das ist in Ordnung so die Karten haben wir jetzt gesehen auch die geografische Einteilung nochmal zurück zur Buche wo ist die Buche am wenigsten geschädigt auf der Schwäbischen Alb wo sind die trockensten Standorte für Buche in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb denkt mal drüber nach und dann kommen wir zu unseren letzten zwei Grafiken also die sind nochmal jetzt die sechs Bäume als Kurve dargestellt die liest man jetzt folgendermaßen vielleicht für diejenigen die damit nicht so anfangen können hier ganz ganz außen hier auf der Seite also bei denen entsprechend da ist das Jahr 1985 ja es geht also los bei 1985 und geht bis 2018 und die entsprechende Linie stellt den Nadelverlust den mittleren Nadelverlust in Prozent dar und wir können an dieser Linie jetzt wunderbar ablesen wie sehr haben denn die einzelnen Baumarten im Vergleich zueinander gelitten zum Beispiel hier haben wir bei dieser Baumart eine massive Zunahme des Nadelverlustes ab 2003 in der Mitte ist ungefähr 2003 und das sieht man eigentlich bei fast allen Kurven dass bei 2003 der Punkt ist wonach es nicht mehr runter geht ja davor ist es so ein Auf und Ab und ab 2003 nur noch ein Auf also je weiter unten desto besser je weiter oben desto schlecht so und bei der Fichte hatten wir nämlich interessanterweise eine vergleichsweise gute Erholung nachdem 2003 hier für diesen Buckel gesorgt hat diesen diesen ziemlichen Anstieg den wir hier sehen können danach hat sich die Fichte vergleichsweise gut erholt und hatte sogar unter durchschnittlich sogar recht gute Werte um 2009 rum dann ging es mal hoch ging es mal runter blieb so auf durchschnittlichem Niveau bis 2017 und 2018, 19 ist natürlich noch mal eingestiegen aber gar nicht so dramatisch bei der Tanne ist es hier ganz eindrucksvoll das ist die hier dass sie dass sie in den 80ern und 90ern massive Schäden erlitten hat durch eben den sauren Regen dafür hat sie sich ja als sehr sehr empfindlich erwiesen und als dann die Sache mit dem ersten Waldsterben das so genannt wurde vorbei war hat sich die Tanne massiv erholt dann ging es ihr immer 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 besser sie hat auch 2003 2004 nur einen minimalen Ausschlag hin zu einer durchschnittlichen Nadelverlustrate ja es ist nicht mal schlimmer geworden als durchschnittlich durch 2003 2004 das hat sie erstaunlich gut vertragen und erst jetzt 2019 zeigt die Tanne wieder erhöhte Schäden also erst jetzt macht ihr das mal wieder was aus mit der Trockenheit deswegen halte ich es für falsch jetzt zu sagen selbst die Tanne schwächelt jetzt aus meiner Sicht ist richtiger natürlich ist die Tanne nicht unsterblich und die Tanne ist ein gewisses Müschen auch für verschiedene Krankheiten das ist so aber insgesamt muss man schon sagen wenn man das mit der Fichte vergleicht geht es der Tanne immer noch viel besser und die Tanne hat ähnliche Holz- und Wuchseigenschaften wie die Fichte und deswegen führe ich die Tanne weiterhin gerne als mögliche Alternative zur Fichte wo denn Tanne geht Tanne geht nicht überall man kann jetzt nicht einfach sagen okay wir tauschen jetzt Fichte mit Tanne ganz einfach überall aus so einfach ist es nicht aber Potenzial ist schon vorhanden für die Tanne auch jetzt noch und wenn die Schäden so gering jetzt bleiben und wenn wir jetzt sehen dass sie sich schnell wieder erholt wir haben auch 2003 gesehen dass sie sich viel schneller erholt hat als zum Beispiel eine Buche von eben den Schäden durch 2003 dann würde ich der Tanne nach wie vor hohe Überlebenschancen entsprechend einrechnen wollen hier unten ist die Kiefer die Kiefer hat auch nochmal massive äh äh wo ist die Kiefer da ist die Kiefer die Kiefer hat massive Ausschläge am Ende des entsprechenden Waldsterbens da kann man das nochmal ganz schön sehen dann ging es eigentlich ganz gut weil die Kiefer ist ja trockenheitsresistent vielleicht hängt das damit zusammen dass sie gar nicht so viele Schäden eben entsprechend bekommen hat sie hat auch äh äh 23 ganz gut überstanden mit etwas durchschnittlichen Schäden hat sich dann bis 26 ungefähr wieder erholt ist auf durchschnittliches Niveau runtergefallen war von 2010 bis 2017 eher unterdurchschnittlich unterwegs und ist dann 2018 2019 wieder massiv geschädigt wurden ist aber noch nicht auf dem Schädigungsniveau angekommen die zu Zeiten des Waldsterbens was halt eben noch durch Sauenregen verursacht war also ne die Karte die ich euch gezeigt habe geht aber bei Kiefer wirklich in manchen Regionen davon aus dass sie keine Chance mehr haben wird generell natürlich auf den besser wasserversorgten Standorten da kann immer eine Kiefer wachsen da hat sie überhaupt keine Schwierigkeiten sie ist halt nur dafür kein besonders wertvoller Baum ja irgendeinen Baum da haben ist vielleicht besser als wertvollen als gar keinen Baum da haben aber wirklich Geld verdienen lässt sich mit der Kiefer nur eingeschränkt es sei denn man hat sehr sehr große Kiefernbestände dann geht es wieder einigermaßen aber für Baden-Württemberg wird die Kiefer sicherlich nicht eine besonders tolle Option sein so die Buche da sie es leider so aus dass sie eigentlich bis 2003 immer unterdurchschnittlich geschädigt war bis 2003 war hier alles relativ gut und ab 2003 zeigt sie jetzt immer ein Jahr mit viel Schaden ein Jahr mit wenig Schaden ein Jahr mit viel Schaden ein Jahr mit wenig Schaden beziehungsweise immer so in zweijährigem Abstand es ist eine wunderbare fast schon Sinuskurve im engeren Abstand fast das liegt daran dass die Buche auch sehr sehr empfindlich reagiert auf Jahre in denen sie fruktifiziert wenn sie fruktifiziert wenn sie jede Menge Bucheckern runterschmeißt was sie viel häufiger tut als früher das kann man jetzt auch wieder als Indiz dafür sehen dass es der Buche schlecht geht weil sie versucht möglichst viele Bucheckern zu produzieren ja und das Risiko jedes Mal wieder auf sich nimmt jede Menge Bucheckern zu produzieren ja und das Risiko jedes Mal wieder auf sich nimmt jede Menge Bucheckern zu produzieren in Jahren in denen sie viele Bucheckern produziert hat sie automatisch weniger Laubmasse weil Bucheckern brauchen Kraft da hat man also weniger Energie übrig um besonders viel Laub anzulegen damit hat man sich bisher also die Schädigungen bei der Buche erklärt durch die hohe Fruktifikation dieses Jahr liegen die Schäden auf Rekordniveau ohne Fruktifikation letztes Jahr hingegen war die Fruktifikation extrem groß und gleichzeitig eben die Trockenheit deswegen vermute ich dass die Schäden dieses Jahr rein die Folge vom letzten Jahr sind und eigentlich wenn nicht die Folge vom letzten Jahr da gewesen wäre dieses Jahr für die Buche erheblich einfacher zu ertragen gewesen wäre ja nochmal die Erinnerung an die Bestände die überhaupt nicht gelitten haben die Trockenheit gewöhnt sind ich möchte also der Buch auf keinen Fall ihre Eignung als Zukunftsbaumart erstmal absprechen bei der Eiche sieht es so aus hier ist die Eiche sieht es so aus dass wir erstmal eben in Waldsterben durch den Sauchenregen massive Schädigungen hatten dann eine deutliche deutliche und auch rasche Erholung in der Zeit vor 2003 ab 2003 haben wir wieder den Trend das 2003 so richtig reingehauen hat bei der Eiche dann fand eine leichte Verbesserung statt in den frühen Nullerjahren bis eben 2013 war auch nicht gerade 2012 war auch nochmal relativ trocken da sieht man auch wieder einen Ausschlag in der Eiche wir haben danach wieder eine Verbesserung bis 2015 das war auch wieder relativ trocken wieder ein Ausschlag in der Eiche und jetzt 2018 2019 natürlich nochmal zwei extrem hohe vergleichsweise extrem hohe Werte in der Eiche die gute Nachricht der 2019 Wert entspricht noch nicht so ganz dem Wert von 2023 2024 das heißt da scheint die Eiche jetzt nicht so sehr mehr zu reagieren als es 2003 2004 der Fall gewesen ist anders als zum Beispiel bei der Buche beziehungsweise auch anders als der Gesamtwald der Gesamtwald reagiert ja mehr als 2003 2004 so gesehen werden wir abwarten müssen jedenfalls zeigt sich dadurch dass der die Klimadaten die Wärme des Jahres in der Laub Belaubungsrate der Eiche wunderbar wieder gespiegelt wird dass die Eiche schon relativ klimasensitiv ist im Sinne von sie reagiert darauf sehr eingehend das kann auch positiv sein das kann auch ein Zeichen für hohe Anpassungsfähigkeit sein oder aber es ist ein Zeichen dafür dass sie darunter jeweils sehr leidet und sich sofort eben entsprechend durch weniger Laub anpasst auf die entsprechende Situation die dann herrscht sehr schwierig das zu interpretieren die Zeit wird es zeigen und die Prognosen in die Zukunft gehen aber leider in die negative Variante dass die Eiche da eher deswegen so sensitiv ist weil sie da langsam Probleme bekommt nicht weil sie Trockenheit an sich nicht verträgt sondern weil eben die ganzen Krankheitserreger die auf ihr wohnen davon sehr profitieren und sie dann sehr stark schwächen dann haben wir noch die Esche da ist die Kurve leider sehr eindeutig sie geht in Richtung Esche stirbt aus da brauche ich nicht mehr viel zu sagen das Eschentrieb sterben dazu hatte ich auch schon eigene Videos gemacht sogar zwei ist wirklich derart massiv dass wir davon ausgehen dürfen dass die Esche nur noch in Reliktbeständen ähnlich wie damals die Ulme uns erhalten bleiben wird dass sie ganz ausstirbt ist unwahrscheinlich aber wirklich bloß noch in Reliktbeständen und sich dann vielleicht wenn dann irgendwann sich herausstellt dass die übrig gebliebenen Eschen resistent gegen das Eschentrieb sterben das weiße Stengelbecherchen ist ein Pilz sind die die übrig geblieben sind und sich dann langsam wieder erholen dann wird es der Esche vielleicht besser gehen ja wenn ja wenn dann das Klima überhaupt noch so ist dass die Esche noch nennenswert wachsen kann deswegen die Zukunft der Esche ist sicherlich derzeit unter den Hauptwaldbaumarten die eigentlich eine große Fläche auch in Baden-Württemberg einnehmen da ist die Esche recht häufig ist die Esche so das größte Sorgenkind muss man wirklich sagen aus anderen Gründen also nur wegen eben diesem einen Pilz diesem falschen weißen Stengelbecherchen und die Dürre und das ist das Interessante hat jetzt sogar das Eschentriebsterben etwas aufgehalten weil Pilze mögen es nicht Dürre die mögen es schön feucht damit sie sie schön entwickeln können deswegen war die Entwicklung jetzt bezüglich Esche tatsächlich als einzige Baumart positiv von dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr beziehungsweise letztes Jahr war auch die Schädigung der Esche generell einfach so hoch wie sonst auch durch das Eschentriebsterben und jetzt findet eben eine Erholung statt weil der Pilz leidet auch eben unter der Trockenheit wird das die Esche retten nein mit Sicherheit nicht ja das ist jetzt zwar ganz interessant und interessant zu beobachten aber wirklich helfen tut das definitiv nicht so und wenn wir uns jetzt also die Schäden bei den verschiedenen Baumarten angucken können wir uns folgende Gedanken für die Zukunft der entsprechenden Baumarten machen und dazu mal auch noch gerne ein extra Video irgendwann aber jetzt mal ganz grob und dann später irgendwann sehr detailliert muss man sagen bei der Buche wird sich zeigen inwiefern sie in der Lage ist immerhin immer weiter kurzfristig sich wieder zu erholen nachdem sie ja dann doch deutliche Schäden zeigt bei der Buche wird sich auch zeigen inwiefern die Buchen auf den guten Standorten in der Lage sind auf manchmal ein Jahr mit erhöhter Trockenheit weniger gestresst zu reagieren als sie es bisher getan haben ob die sagen wir mal 10, 15 Jahre die jetzt regelmäßig eher trocken sind für die Buche einen Vorteil beziehungsweise bereits eine Adaption hervorbringen die sie in der Zukunft beschützen wird das ist die wesentliche Frage auf die es ankommt die Prognosen die Modelle die man mit den bisher vorhandenen Daten gefüttert hat zeigen ja die Buche wird auf den Großteil von Baden-Württemberg auch im Jahr 2100 auch bei den sehr negativen Szenarien sehr pessimistischen und damit realistischen Szenarien die man in die Zukunft projizieren kann immerhin noch eine große Rolle in der Waldzusammensetzung spielen aber nicht mehr wie jetzt theoretisch 80 Prozent theoretisch 70 bis 80 bis 90 Prozent je nachdem wo man sich aufhält sondern eher in einer Größenordnung von 40 bis 60 das gibt einem zu denken und wo sind denn die anderen Prozente hin welcher Wald wird denn da eher die Führungsrolle übernehmen und die traurige Nachricht ist da gibt es keinen das heißt die Projektion in die Zukunft zeigt dass die Eiche massiv verlieren wird Eichenstandorte werden die Ausnahme sein nicht mehr fast überall geht Eiche sondern hin und wieder geht mal Eiche die Fichte wird in Baden-Württemberg überhaupt keine Chance haben wenn man sich die Prognosen anguckt allein schon durch eben das Problem mit den ganzen Schädlingen auch wenn jetzt die Zahlen die Laubverlustrate gar nicht so schlecht aussieht die Mortalitätsrate ist das Problem die ich so hier jetzt nirgendwo abgebildet habe die Tanne wird sicherlich weiterhin auf den für sie geeigneten Standorten im Schwarzwald weiter wachsen können vielleicht werden diese Standorte ein bisschen weniger das bedeutet aber auch dass die Tanne eben nicht die momentane Fichtenfläche eins zu eins einfach übernehmen kann wie es manche Förster gerne wollen oder glauben das wird nicht passieren mit Sicherheit aber es wird sie weiterhin geben zumindest in Baden-Württemberg in anderen Bundesländern die Tanne als Alternative anzubauen zumindest im momentan Stand der Politik bis ins Jahr 2100 eher nur kleinräumig eine Möglichkeit das ist sehr traurig und gerade diese Prognosen machen einen dann doch sehr nachdenklich auch wenn die Ist-Situation derzeit noch keine komplett toter Wald ist aber die Projektion in die Zukunft macht mir schon Angst muss ich ganz ehrlich sagen Kiefer in Baden-Württemberg noch auf den nicht ganz trockenen Standorten und was kommt auf die ganz trockenen Standorten wo bisher Kiefer ist nichts mehr kein Wald mehr möglich gibt einem wirklich wirklich zu denken inwieweit jetzt alternative Baumarten Douglasier die Baumhasel der Tulpenbaum äh was denn noch ähm die Roteiche möglicherweise das wirklich so sehr auffangen können dass wir netto keinen Waldflächenverlust bekommen ja das wird sicherlich die große Frage der Zukunft sein ob wir es mit diesen Baumarten überhaupt versuchen sollten ob sie überhaupt in der Lage sind das großflächige die großflächige Reduktion der Waldfläche nenne ich es jetzt einfach mal zu beseitigen wird sich auch zeigen und vielleicht werden die Wälder 2100 dann auch einfach wirklich komplett anders aussehen möglicherweise ja also mit einem Waldsterben im Sinne von einem wirklichen massiven Sterben der Wälder in Baden-Württemberg eine ganz andere Situation woanders ist derzeit nicht zu rechnen ähm soweit sind wir wirklich noch nicht das heißt man muss die Panik da ein bisschen bisschen im Rahmen halten bis 2100 kann man schon davon ausgehen dass es massive Änderungen im Wald geben wird und vor allen Dingen die alten Bäume weil ich hatte ja auch eine Grafik wo man gesehen hat weil für die alten Bäume ist die Situation generell viel schlimmer als für die jungen Bäume weil die halt alt und damit an eine bestimmte Situation gewöhnt sind und auf Änderungen ihrer Wuchssituation auf die sie sich seit über 60 Jahren angepasst haben also laut Statistik die über 60 jährigen Bäume insbesondere auffällig bei den richtig richtig alten Methusalem Bäumen die haben dann massive Probleme weil je älter du wirst und je mehr du daran gewöhnt bist es bleibt gleich es bleibt gleich es bleibt gleich plötzlich verändert sich das ist wie bei alten Menschen die haben auch Schwierigkeiten sich etwas Neues anzupassen das ist bei alten Bäumen genauso also so viel Esoterik muss sein das bedeutet bis 2100 werden wir wahrscheinlich gar keine alten Bäume mehr haben ich prophezeie mal dass die das was jetzt alte Bäume sind also 140 und älter das gilt offiziell als alt auch wenn es rein botanisch gesehen noch gar nicht so alt ist das wird es nicht mehr geben bestenfalls haben wir noch so ein paar 80 jährige 2100 das möchte ich jetzt mal prophezeien also die Kacke ist schon ziemlich am dampfen aber jetzt zu sagen dass jetzt der Wald sofort weg stirbt wenn jetzt nicht sofort was passiert stimmt nicht er stirbt dann später weg wenn jetzt sofort nicht was passiert das wäre so die korrekte Aussage sollte also sofort irgendwas passieren sicherlich ist es aber mit einfach pflanzt keine Fichten mehr und pflanzt stattdessen Buche getan sicher nicht es ist extrem komplex und verschiedene Bundesländer werden jetzt verschiedene Strategien hervorbringen wie man denn den Wald der Zukunft am besten gestalten soll wie man den Wald am besten anpassen soll ein Baustein ist sicherlich die Option Teile des Waldes sich selbst zu überlassen weil man der Meinung ist die Naturregels am besten flächendeckend für das ganze Land ist das auf keinen Fall die Lösung weil das bedeuten würde dass wir komplett auf den Holzverbrauch verzichten dass wir Holz aus sonst wo importieren und wer mal nach Australien oder Kalifornien geguckt hat stellt fest sonst wo geht es den Wäldern auch nicht wirklich gut wo soll denn also bis die nachhaltige Forstwirtschaft herkommen wenn wir es vor unsere eigenen Haustür auch schon nicht hinkriegen und da bin ich dann also sehr 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 skeptisch mit solchen Lösungen wie ja wir brauchen 20% Naturwaldfläche in Deutschland auf der gar nichts mehr gemacht wird das ist eine schöne Forderung im Grunde würde das natürlich auch schön aussehen aber das ist einfach mit unserem Lebensstil überhaupt nicht vereinbar solange noch Holz benötigt wird von jetzt auf gleich auf Holz zu verzichten könnte schwierig werden wenn irgendjemand eine tolle Idee hat wie das gehen soll und jetzt bitte nicht schon wieder Hanf jedes Mal wenn ich das sage kommt einer um die Ecke wir müssen mehr Hanf anbauen das mag ja sein dass Hanf durchaus eine tolle Nutzpflanze ist und für viele Dinge substituiert für Holz verwendet werden kann aber allein Hanf ist nicht die Lösung bitte danke ja aber das habe ich schon ganz oft erzählt da frage ich mich diesmal eben dementsprechend kurz und bin raus für heute das so die Eckpunkte vom aktuellen Waldzustandsbericht es ist also ungefähr genauso gekommen wie ich es befürchtet habe teilweise ein bisschen schlechter aber insbesondere das mit der Tanne schockiert mich das mit der Buche hat mich schon sehr schockiert dazu hatte ich auch nochmal ein extra Video eben entsprechend gemacht Tanne und Buche das ist so ein bisschen es gibt einem zu denken auch wenn die Tannensituation nicht so kritisch ist wie bei der Buche aber dass sie jetzt überhaupt Schäden aufweist es gibt einem auch zu denken also insgesamt kein besonders positives Bild und ich kann jetzt auch nicht noch irgendwas Schönes hinterher sitzen außer hier brennt es wenn das ein Trost ist der darf gerne sich ein bisschen Feuer mitnehmen ja bitte greift zu und ansonsten tschüss und bin gespannt wie jetzt die Politik so generell auf die ersten Waldzustandsberichte reagieren wird ich werde dann auch mal sicherlich den einen oder anderen Notfallplan für die Zukunft des Waldes überprüfen und mitteilen was ich davon halte auf wieder tschüss